Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unseren neuen Rucksack bzw. Weste vorstellen. Auf Weste komme ich gleich noch mal zu sprechen. Der Rucksack ist ziemlich cool, er verfügt um 13 Taschen, sprich ihr habt Platz ohne Ende für euer Tackle, ihr habt alles dabei und die Hände frei beim Angeln. Zurück zur Rucksackseite, wie ihr sehen könnt, verfügt die Tasche über drei Reißverschlussfächer, ein großes Fach für eure Tackle-Boxen usw., Getränke, Essen, alles was ihr beim Angeln braucht, ein mittleres Fach auch für Boxen und hier noch ein vorderes Fach beispielsweise für Dokumente usw. Alles im Rucksack verstaut, was ihr nicht sofort beim Angeln griffbereit braucht. Und nun zu der Rückseite, auf der rechten Seite und auf der linken Seite verfügt sogar zwei Getränketaschen, welche jeweils auch wieder mit Clip verschlossen werden können. Und nun zur Weste-Variante. Jetzt zeige ich euch kurz, wenn ich das hier anziehe. Die Weste lässt sich verschließen mit zwei Clips vorne und auch hier die Größe einstellen, sowie auf der rechten und auf der linken Seite lässt sich die Größe an der Seite einstellen, von sehr weit. Wenn ihr zum Beispiel eine Badhose tragt oder eine Winterjacke, passt die Rucksack bzw. Weste ideal und so könnt ihr einfach eure Größe anpassen. Einfach hier den Clip wieder schließen und zuziehen und der Rucksack passt euch ideal. Zur Vorderseite habt ihr auf der rechten Seite und auf der linken. Wir senken zwei große Taschen für eure Tackleboxen, für Spinner, Blinker, Wobbler usw., dass ihr alles griffbereit habt. Vorne dran zusätzlich noch ein Clip für eine Zange zu befestigen, auf der rechten und auf der linken Seite, sowie wieder rechts und links, noch zwei Reichsverschlusstaschen für eure Dokumente, Handy usw. oder auch Rix. Und hier oben noch zwei Taschen, welche mittels einem Spritzwasser geschützten Reichsverschluss gesichert sind. Auch wieder für Dokumente, für Rix könnt ihr alles verstauen, was ihr möchtet. Zusätzlich verfügt die Weste noch über mehrere Clips auf der Vorderseite, wo ihr dann auch wieder Totschläger, Zangen usw. alles verstauen bzw. befestigen könnt. Gerade beim Streetfishing oder beim Angeln, wenn ihr mobil sein wollt, wenn ihr eine Strecke machen wollt, wenn ihr Angeln gehen wollt, habt ihr einfach die Hände frei, alle Vorfächer, alle Köder sofort griffbereit und die Sachen, die ihr nicht so oft braucht, habt ihr dann im Rucksack drin und ihr erspart euch somit einfach das Mittragen von mehreren Taschen. Habt die Hände frei, habt die Rute, könnt ihr auf dem Rucksack hinten einen verschiedenen Clips noch z.B. den Kessel mit dem Magnetclip befestigen. Und wie gesagt, einfach Hände frei, mobil beim Angeln, sieht cool und stylisch aus, erhältlich bei eurem Tackle Dealer. Wir wünschen euch viel Spaß am Wasser und Petri Hall.